Und dann können wir in Ruhe in unsere Mine gehen und warten, bis der nächste Tag kommt. Ah, so geht das. Cool. Ja, Einholzkohle. Gut, das ist schon mal krass. Damit können wir schon mal Fackeln machen. Wenn wir einen Stecker hätten. Ja, wir haben einen Stecker. Das reicht eigentlich schon, aber ich will mal lieber nicht zärglich sein. Ich mache nur viele, wie es geht. Und zwar... Acht. Aber jetzt, jetzt kommt ja noch eine, Block. Scheiße, jetzt wird es dunkel hier. Scheiße, jetzt wird es dunkel hier. Scheiße, jetzt wird es dunkel hier. Kacke, wir müssen in unsere Mine, aber ganz schnell. Wo ist unsere Mine? Wo ist unsere Mine hin? Wo ist unsere Mine? Da ist unsere Mine. Noch das. So Fackelrehen hängen hier. Dann, zu bauen die Scheiße. Also, zu die Scheiße. So, zu gebaut die Scheiße. So, und hier drin hocken wir dann und bauen ein bisschen was ab. Scheiße, wir haben uns kein Crafting-Tablet mehr mitgenommen. Das war keine gute Idee. Gar nicht gut, Paul. Ah, 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 ah. Also, echt. Was haben wir hier? Neun. Neun geht noch. Ich habe keinen Bock auf Monster. Ich sage es noch. Scheiße, Digga. Scheiße, ich sage noch recht. Ich habe keinen Bock auf Monster. Ich sage ja nur, zugemacht. Scheiße, ich sage es noch, ey. So, jetzt müsste sie hier auch hin sein. Jetzt müsste sie hier auch hin sein. Jetzt ist sie hier hin. Ja, klar. Irgendwann ist es Zeit. Zeit zu gehen. Oh, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt irgendwie hier. Obwohl, wir haben ja ein Bett. Hach, wir können ja sogar schlafen. Ist ja Wahnsinn. Oh, Mann, ich bin nicht so schlau. Mann. Oh, Uwe Assassin. Das ist so schön. Na, wollen die ganzen Zombies hier, etc., etc.? Ach, da brennt ein Zombie. Hallo, Zombie. Meinst du, ey, komm her, du Scheiß-Zombie? Moment, Creeper leben noch immer länger, oder? Hab ich nicht das? Oh, Zombie. Ach, danke schön. Lässt du dein verrottetes Gehirn bei mir? Danke. Ein Zoll, zwei Gehirn. Klasse. Wir müssen uns von Gehirn. Echt? Sheila, das muss ich dir echt erzählen. Wir waren da, waren... Was ist denn das da? Creeper? Das sind drei Creeper. Und sie tanzt super. Hallo, Creeper. Creep, 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 Creep. Könnte ich nicht mal gegenseitig in die Luft sprengen? Ja, finde ich gut, finde ich gut. Jetzt, bam, bam. Genau, sehr schön. Ah, scheiße, das ist noch einer, das ist noch einer. Fuck it. Sie passt auch so schön dazu. Shut up, shut up, shut up, shut up. Nein, nicht hier in die Luft gehen, nicht hier in die Luft gehen. Nicht in die Luft gehen. Wehe, du gehst jetzt in die Luft. Oh, okay. Du hättest so Ärger von mir bekommen. Hättest du... Ich hätt... Du hättest voll Hausarrest bekommen. Nein, ich explod... Ach, scheiße. Oh, ihr haut die ganzen Löcher in die Bude. Das muss ihr alles wieder zumachen. Das sieht nachher scheiße aus. Das kommt bei ihr Gästen nie gut. Auch wenn es kein Server ist. Aber egal. Moment, war da eigentlich noch was drin? Ein Creeper? Scheiße. Alter Schwede. Scheiße. War klar, da ist nur einer explosioniert und die anderen sind einfach geblieben. Voll Schnurstrax. Nee, ich hab keinen Bock zu sterben, ey. Auf jeden Fall, ne? Ich war eben in meiner Mine drin und ich war so dumm und hab nicht geschlafen. Und ich so, ich hab jetzt keinen Bock auf Monster. Hängen überall Fackeln auf und derzeit find ich grad eine Höhle. Ja, guck so schön in eine Schlucht. Warte, ich fand nicht einfach scheiße, weißt du? Die Schlucht kann doch nicht einfach sagen, Puh, hallo, hier bin ich. Das geht einfach gar nicht. Das ist echt unfair. Wir brauchen Holzstämme. Ich brauche Holzstämme. Nee, das ist... Ich muss erst mal runterkommen und Holzstämme holen, ey. Das geht alles gar nicht. Holz, 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 Holz. Ich muss auch auf Klo. Scheiße. Egal. Und ich schieler, lass ich hier ganz bestimmt nicht zocken. Also die kann das ja ungefähr so viel wie so ein Gummibärchen. Das kleine Gummibärchen. Oh, geilen Apfel. Ja, geilen Apfel. Oh, lecker. Oh, geil, ein Apfel. Ich liebe Äpfel. So. So. Wir müssen trotzdem noch hören. Nam, 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 nam. Uuuuuh. Nam, 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 nam. Nam. Okay. Soweit man nam sagen kann. Soweit man nam sagen kann. Oh, das ist ja ein cooler Reim. Ein Reimrap. Wie lange habe ich noch Hunger? 17 Sekunden. Toll. Din, 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 din. Oh, wow. Super. Sieht da wahnsinnig super. Jetzt spackert meine Maus wieder. Ich muss halt die Batterien auswechseln. Es macht nämlich keinen Spaß, einfach mal zu bemerken, dass deine Maus mal kurz abkratzt. Und ja, das war's. Also, der G-Maus. Ist nicht ganz so lustig. Da ist unser Haus. Yay. Scheiße, falsche Taste. Da ist unser Haus. Ach, ich mag Optifine so gerne. Ich bin echt Fan von Optifine, aber... Ja, damals hatte ich's halt noch nicht installiert. Pech, Paul, Wind, kümmert's. Was? Aber, aber, aber ich denke, ihr mögt mich. Oh, cool, mit dem Bach. Kohle. Ja, Musik passt. Ah, das ist, das ist... Ich würde gerade sagen LeFloid, aber LeFloid ist ein YouTuber. Ähm, das ist... Äh, Living Voyage. Genau, das ist Living Voyage. Cool. Hier könnten wir auch Koppelstunk abbauen. Was ist... Ocelots. Niedlich. Ocelots. Äh, warum baue ich mir ein Bett ab? Kann man das mal jemand sagen? Ach, klar, wir haben keine Pickaxe. Logisch. Warum sollten wir auch noch Pickaxe haben? Meine Güte. Aber wir haben nicht irgendwo Knochen, ne? Hm. Müssen wir wohl die nächste Nacht mal raus. Ein paar Skeletter umbringen. Häää. Das sind auch so total die Mörder. Hui. Äh, wo war jetzt unser Haus? Ach, da. Cool, direkt neben so... Bäh, ich muss aufs Klo. Scheiße. Häh. 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 Ich wollte gerade was sagen, aber... Ich hab da lieber keine Lust. Ich will's lieber nicht riskieren. Und nachher bekomme ich noch böse Kommentare. Wenn ich das Video heute hochlade. Ich wollte das Video heute hochladen. Aber es wird eh nix mehr. Ach, Schil und ich wollten uns noch irgendeinen Film reinziehen. Boah, sind voll die fiesen Typen. Wir ziehen uns Filme rein. Rennt lieber nicht in meine Bahn. Ich mach euch alle Ferkel. Ich misch meine mit meinem Holzstock. Hier, siehst du, ne? Ja, ja, das Dach könnt ihr gerne. Übrigens, das ist kein Bug, dass wir Kohle bekommen. Das ist, äh, 131. Das ist so eine Art Achievement. Ja, leider, ne? Hui. Warum müssen Kohleadern immer so groß sein? Ich mein, sie könnten, sie könnten ja so sechs Blöcke oder so. Aber okay, umso mehr Kohle, umso besser. Kohle ist irgendwie der wichtigste Rohstoff, wenn man nicht von Zombies angegriffen werden möchte. Ich weiß überhaupt nicht, was wir hier für Licht grad haben. Aber egal. Wir brauchen Knochen. Oder dieser Urzell muss dann einfach mal weggehen. Oh, erschrecke mich nicht. Guck mich nicht an. Wo willst du hin, hä? Wo willst du hin? War klar, der führt mich in eine Höhle. Der will mich töten. Ach, da ist ein Dschungel. Deshalb. Und. Da ist ein Dschungel. Cool. Kakaobaum. Äh, Kakao. Oh, meine ich. Nicht Baum. Kakaobaum. Klar, Kakaobaum. Schieder. Sag mal wieder nichts. Hast du keine Lust, was zu sagen? Du kannst es sagen, von da hört man dich nicht. Warum sagst du da nichts? Du weißt, dass man dich von da nicht hört. Da höre ich gar nicht. Ich verstehe dich nicht. Ich bin nicht so ein cooler Typ, der die Mundwinkel da dingstens, bumsens. Nein, ist mir scheißegal. Ich gucke nicht hin. Ich will doch bloß, dass du was sagst. Oh, komm schon. Ich verstehe dich immer noch nicht. Du musst lauter sprechen. Ah, jetzt verstehe ich dich. So wie du eben gesprochen hast. Da hört man dich mit dem WLP bestimmt auch nicht. Nein, scharf. Hi, scharf. Hm, bringt das Scharf um? Ich will mein Holzschwert nicht vergolden. Jo, das arme kleine Schaf. Das arme kleine Schaf ist mir aber scheißegal. Es gibt mir eher... Ich habe eher Angst um mein Holzschwert, das dabei kaputt geht. Das arme kleine Schaf ist mir dabei völlig egal. Ja, ja, ich habe schon gesagt, boh, bin ich fies. Aber sie will ja immer nicht hören, so. Ich weiß echt nicht, was sie hat. Echt? Also wirklich, man, ne? Du musst doch boh, keine Ahnung. Ah, WTF. WTF. Boah, ey, WTF. Yeah, komm hoch da. Scheiße geht nicht. Komm hoch hier. Komm, scheiße geht nicht. Mist, fuck it. Damn, komm, danke. Oh, gut. Wir haben Eisen bekommen. So, dann. Kohle kommt ein bisschen hier rein. 11